Hallo, das Thema für heute ist was machen wir? Hier ein Beispiel. Was machen wir? Ihr zeichnet, ihr lest, vielleicht hört ihr Musik. Also, hier haben wir Verben in der zweiten Person Plural. Ihr spielt, ihr schreibt, ihr tornt, ihr fahrt, ihr würfelt, ihr zeichnet, ihr malt, ihr bastelt. Ihr merkt, dass die Verben in der zweiten Person Plural ein T am Ende bekommen. Spielen, spielt, schreiben, schreibt, turnen, tornt und so weiter. Hier ein paar Beispiele mit ich möchte. Wo ist der, das, die? Ich möchte turnen, würfeln, basteln, ich möchte schreiben, malen, ich möchte lesen. Man sagt, Basketball spielen, Fußball spielen, Gitarre spielen oder Rad fahren, Skateboard fahren, Skifahren und Karten spielen. Ich möchte malen. Wo ist der Malkasten? Ich möchte lesen. Wo ist das Buch? Ich möchte basteln. Wo ist die Schere? Also, der bestimmte Artikel Maskulin ist der, der Malkasten, Neutrum, das, das Buch und Feminin, die, die Schere.